Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von SHARESHOCKLIFE Heute mit dem... Ja wer ist denn dabei? Die gleiche Truppe wie jedes Mal Der erste verkackst du mal auf Anhieb Failed 2.0 Diese ist doch so, die gleiche, die letzte Truppe hat, fertig Da könnten wir mal jemanden neu kriegen Stellt euch mal Ich hab 60 Minus Dann stellt euch mal vor Leute Weil... Das ist ein Spinner dann alle Ach, das ist ein B93, hallo Na geht doch mal der erste Ich hab nicht alles der Blinds machen Ja Oh, das kann doch nicht schaden Und ablärm Ich wollt ihn eigentlich nicht runter bauen Ja, dann versuch das jetzt nochmal Ja, iss und Ja, iss und Mehr ist nicht ganz offen Grund der Tatsachen Leider, das weiß ich noch, mein Freund Aber das macht mir ne Sicheröse Ja Ja Das ist das Hintertürchen, Joker Ja 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 Jetzt kommt ja auch noch zum Kuscheln da runter Nein Sehr gut Nein Alter Ja 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 Vier als ich mich auf seinem Wohr unterbringe. Seid froh, dass du angerufen worden bist. Du bist es doch schon. Nein, weil ich jetzt so scheiße weg komme, du Idiot. Du bist doch eh gleich tot. Wenn du dran bist, bist du wahrscheinlich nicht über. Perfekt. Ich mag zwar Waken, aber nicht auf diese Art und Weise. Ich mag Waken auf jede Art und Weise. Ich mag Waken. Ich mag Waken. Nee, nicht Waken. Jetzt holt er das Infektion um Rone, Rone. Ich will nicht wissen, dass das Infektion drin ist. Ja. Ist selbstnoten eine Option. Ich bin da hingefahren. Ja. Ich frage mal den Entwickler, ob sie das Item mit reinnehmen. Ziegel oder sowas. Dann trifft er sich nicht mal selber auf die Nummer, um zu sterben. So ein. Ja. Ich hätte wenigstens Quick-Cent eingesetzt. Oder für was ich. Aber ich bin ja fast der Meinung treu. Ich glaube wahrscheinlich auch. Du brauchst mal den Ausverkauf. Ja, was auch. Das war cool. Ja. Zu. Ich will hier weg. Bitte. Nein. Ja. Immer noch ein bisschen zugegeben. Nee. Er ist auf der Kante aufgekommen. Ich bin nicht weg. Ja. Ja. Dann. Genau. Nicht unter. Weiter runter fährt er doch so wie du. Nee, aber so bin ich gar nicht für den. Ja. 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 Nur zwei haben ihn gestochen. Ja. 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 Ich mach es. Aber viele Waffen werden wir auch nicht mehr in der Süd-Skart. Giss es. Ja. Nicht mit dem wenigen Leben. Der Niedler. Ja. 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 Das war eben schon synchron berichtigend. Aber ich habe wenigstens Shadow eingesetzt. Junge, du bist nicht mal hoch genug, um Shadow einzusetzen. Was sollt ihr auch mit Shadow? Das spiel ich gar nicht. Ich bin auch normal, dass du mit der Shadow das sehen würdest, also der wird sich vors Gesicht schlagen. Der würde sich an den Schabo umdrehen. Nee, der lebt noch. Ja, der lebt nicht wirklich. Ja, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Ich kann nicht sterben, aber nicht leben. Aber im Spiel existieren, das kann auch. Und ich war... Ich bezahle dich dafür, dass du stirbst. So tue es auch. Ja, er hat noch zu viele Punkte. Über 600. Epic, Selbstbord. Selbstbord. So blöd ist er definitiv nicht. Ja. Jetzt ist der Effekt mal zwischen zwei Hügel. Da wollen wir noch hier eine böde Idee hin. Böde Idee. Ja, 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 ja. Also da kannst du ruhig was... Okay, das ist eine schöne Position für dich. Boah, das ist ein schönes Mal. Ja. 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 So. Ich wollte schon sagen. Uzi. Ja. Davon habe ich ja schon nie. Oder sprich wollte ich Minigun. Brusten. 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 Nur ein bisschen Level Up. Ich glaube ich muss es nur noch zu Spam machen. Davon muss man ja. Dann ist Level 2. Das erste Mal musst du fünfmal einsetzen. Das zweite Mal 50. Flintlock. Und einmal aufwärts. Und einmal aufwärts. Boah. Nur Tritt. Brauch an. Hey, cool, cool, cool. Und... Den Juke? Erstmal kriegt der einen Boomerang auf den Kopf. Weißt du, ich habe auch nicht mal meine liebe neue Waffe gezogen. Das ist echt peinlich. Du bist peinlich. Ich habe ja auch noch nicht mal die neueste Waffe. Ha, Minzchen. Habs. Na. Nein. Nein. Äh. Oh. Oh, Gott. Wenn wir dafür die nie ziehst, haben wir quasi immer hergelegt. Abwärts. Ja. Jo. Sollte ich gerade sagen. Hast du mitbedacht, dass er jetzt weiter unten ist? Was hat... Was hat das Spiel... Egal. Was hat das eigentlich für eine enorme Hitforms? Egal. Ist doch schnell egal. Wieso? Fuck. Alter. Epic. Ja. Du sagst, hilf die Leichenchen. Warum? Dafür ist er doch gemacht. Okay. Er ist gemacht zum Sterben. Oh. Oh. Ganz reichlich. Nix. Wow. Er ist fünften, er ist ein falscher 50er. So verzöte ich in Alnese-Rocat. Und... Im Ernst? Im Ernst? Zwei! Gut, ich sehe das schon wieder nicht. Sieben AP. Sieben? Achso, er hat eben gerade... Okay. Ich hab's eben gerade durch Tab gesehen. Ah, dann hat er... Ja. Dann hat er 55. Ja, dann hat er 55. Ja, dann hat er richtig. Stellt auf meinem Kopf. Aber... Hat ihn... So... Und damit... Macht den... Macht Crazy ihn mit 3-Fachschuss fertig. Ja. Toll. Genau. So... Ich bin wieder auf 1010. Da guckt, wie lange es anhält. Wie lange wir mit mir im Teamwild selber noch weiter steigen. Scheiße. Der ist super gut. Alle versus den Pommes-Panzer. Ja, das stand schon. Ja. Tschüss. Super. Ich hab keine super dolle Waffe gezogen. Schon wieder. Genau in der ersten Runde. Endlich. Aber was soll. Endlich. Weil eine Runde keine große Hilfe sein ist vielleicht eine Abwechslung. Und er trifft sich selbst. Jeder trifft mit dem Spinnen nur einmal. Und er schafft es doch schlecht, ja. Ehe. Ja. Ehe. Das war 2-mündige Pfeffer. Kein Mal, oder? Muss ich euch keinen Schaden machen. Mit der Sache. Kein Wunder kriegt der keinen. Oh. So. Danke Portal! Er hat dich ja auch gewartet. Er schießt zu weit, aber er ist durch das Portal noch gespannt. Kannst du noch rückwärts freuen? Ja, was ist denn? Ein Back-Roller? Ein Back-Roller? Ein Back-Roller? Ja, genau. Klassik, soll ich das denn jetzt treffen? Hinschießen. Äh... Hast du nichts, was im Loch reinrollen kann? Mach mal ein Back-Roller was rein, aber... Du hörst mir einen schönen Berg, was du jetzt gemacht. Tschüss. Tschüss. Ja. Verans! Ja, ich werd dafür... ...doch dafür sorgen, dass ich ne bessere Hilfe bin. Erstmal. Äh... Sky-Drop. Sky-Drop gibt's übrigens nicht. Das heißt, es ist so klein. Aber... Und erst mal Schaden gemacht. Mit dem Kami-Karzt. Ob das Kami-Karzt ist? Das heißt, der Fly-Drop sich an diesem Ding abfreit. Das wäre fein. Ja. 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 Nee, das wär lustig. Das ist dann zum Beispiel bei Epic Landet aus Versehen. Nee. Und er kriegt 2012. Ja. 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 Schaden, Schaden, Schaden. Wieso versperren sich eigentlich alle? Ich hab gesagt, es wäre besser gewesen. Nicht, dass es nicht schlecht ist. Nicht, dass es nicht schlecht ist. Hast du gerade gesagt, dass es schlecht ist? Hast du schon mal das blaue da drin? Oh oh. Ja. Ähm. Wisst ihr was besser ist als ein Disco? Ein zweites Disco? Ein Teuerwein. Wenn der Teuerwein das nicht einmal nimmt. Das war gar nicht schlecht. Da davor, oder? Menziell! Eine Piñata! Hat ihn aber trotzdem noch da unten getroffen mit 6 Schaden. Wuhu! Wuhu! Und warum muss... Ich sage nur Wuhu! Warum muss... Warum muss jetzt unbedingt ein Double Damage vor meinen Flinte auftauchen und ich bin nicht dran? Ich kann's dir nie übersetzen! Warum muss dein Flieger so gut fliegen? Kann ich's auch nie übersetzen! Wuhu! Wuhu! Nee! Wuhu! Wuhu! Ne Nude! Wuhu! 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 Mit der neuen Waffe! Das wird mir sicher wieder 10 Runden dauern, wenn du gemerkt hast, dass es ja heißt! Äh! Ja, ich hab's... Ich hab's nur... 3 Mal gesehen! Und jetzt trotzdem nicht gemerkt, wie sie heißt! Naja, ich versteh voll und kannst was zu meinen. Napalm. Napalm. Und Svei, du warst grad ein bisschen leiser. Hast du das gesagt? Ich hab ja grad übrig leise. Scheißwein. Mach mal. Das hat ja super von mir. Ja. Nein. Das ist akkord. Scheiße. Das ist die perfekte Musik zu tun, um ihn zu treffen. Ja. Um sich selbst auch noch mitzutreffen. Das war sehr gut. Ich darf hier rum mit Gunway eben baggeln. Ja. 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 Na guck mal, was hat denn der crazy Typ gefasst? Gut. Ein Eierkuchen. Ähm. Ja. 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 Jetzt reicht's. Und danach schütt den Karten. Schütt ihn. Ähm. Er läuft gerade ohne Witz das Wasser im Roll zusammen. Dein Stelleneimer drunter. Scheiß auf den Schaden, ich hol mir das Paket. Er hat jetzt gelacht, wenn es nicht mal getroffen wäre. Das war sogar eine gute Waffe. DeathRiser und Jack O'Lanto? Das ist ein guter Schaden, das war der Wurz, der Vorstufe von Kotzblatt-Turner. Zu gut! Ich hatte gedacht, ich wusste nicht, ich wusste nicht, ich wusste nicht, das war nicht so gut. Er schießt schon wieder. Aua! Ne, trifft! Er ist ein Kiel in den Kolinnen und zweitens der Fail. Ah, jetzt kommt er wieder. Der Körper. Und... Ja. Bananen. Ähm. Die Schlange schlängelt sich. Und fast daneben. Ja. Gut, dass sie daneben ging. Ah. Oh, ja. Das ist unwahrscheinlich. Aber... Höh. 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 100. Das wollte ich nicht sagen. Ja. 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 Das ist besser. Ja. 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 Oh, Johnny. Und ich bin... Ja. 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 Geil, eine Banane. Ach Gott sei Dank, dass es mich nicht schaden hat, ey. Hier reiche ich dich, oder? Also... Es ist ja egal, ob ich jetzt den Deadfire oder nicht den Deadfire oder nicht seine Vorstellung ist. Wird scheißegal. Erstmal schwinkelt er auf. Und du hast noch Double Damage. Er nimmt Zucker noch mit, das ist nicht schlecht. U. Hast du noch einen Anerletringsbuchstaben? U. A. S. U. Ups, da hab ich irgendwas... Was heißt das? Ups, da hab ich was zu schreibt. Das heißt, dass man nicht zu Ende reden darf. Oh nein! Ähm... Wenn ich dich jetzt besetzt bin, dann würde ich... Nein! Hahahaha! Die ist da doch durchgefasst! Was? Wie geht das? Äh, du kriegst da ane! Das kann man nicht immer machen, aber... Ich hab bloß den Trick da ja... Ey, wie kann der das durchfahren? So, Daniel, nach einer gewissen Zeit geht der alte Schilder grüß. Damit er die Hoffnung ist. Ups... Ich hab nur noch 11 HP. Ich hab nur noch... Ich hab noch... Und... Okay... 106 Damage... Mit der Schredder. Wie viel Schaden macht ein Static? 25. 25. Also nimm ne Galaten... 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 Das war auchancais... Ja... Ich bin schon hier schufawy... Wie schieb es diesmal jetzt... Und was... Ich auch... Außer er macht jetzt Selbstwort... Dafür, musst du da金 GANG ohne Power schießen... Und damit das'n F Конечно! Ja... Das hat ja Rittenfeeh gebracht... Ja, und zwar nicht. Neun Schaden. Der so dumm ist. Im Ernst, ich bin doch immer noch nicht getötet. Nee, das ist eine heikle Abgelegenheit. Ich muss echt mit den Bienen ankommen. Ich hab darauf gehofft, dass er das macht. Und trotzdem hat es nicht funktioniert. Doch, er hat sich auf ihn konzentriert anstatt auf mich. Das ist doch was Gutes für mich. Okay, ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Habt ihr noch was zu sagen? So, ich hab geschickt ihn jetzt auf den Link-Level. Lass mich mal über den. Level 2. Und ich sage dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.